Der Pferdeschwanz ist ein echter Allrounder. Die Frisur ist schnell gestylt, schmeichelt nahezu jeder Frau und kann sowohl lässig als auch elegant getragen werden. Doch nicht nur das. Pferdeschwanz-Frisuren sind auch echte Lebensretter an Bad Hair Days, denn sie sehen selbst bei fettigem Haar großartig aus. Um diesen wunderschönen Hairstyle zu zaubern, benötigt man im Grunde genommen nur ein Haargummi und eine Bürste. Doch mit diesen Tricks wird das Styling noch einfacher. 1. Haare nicht waschen Die Strähnen sind griffiger und lassen sich besser fixieren, wenn die letzte Wäsche ein bis zwei Tage zurückliegt. 2. Haarschonende Zopfgummis verwenden Dünne Haargummis und solche mit Metallsteg können das Haar schädigen. Besser sind Spiralhaargummis ohne Metall oder breite Stoff-Scrumgees. 3. Styling-Helfer benutzen Salzwasserspray und Trockenshampoo erleichtern das Styling und verhindern ein Verrutschen des Haargummis. Einfach ins Haar sprühen, kurz einwirken lassen und durchkämmen. 4. Ponypuffin verwenden Dieses kleine Teil wird unter dem Zopf unsichtbar fixiert und gibt mehr Stand und Volumen. Alternativ funktionieren auch Haarnadeln unter dem Haargummi. 4. Ponypuffin verwenden 4. Ponypuffin verwenden 5. Ponypuffin verwenden